Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserer wundervollen Algorithmen- und Datenstrukturen-Playlist. Heute geht es endlich mal wieder weiter und zwar sehen wir dieses Mal, wie wir hier erkennen können, echten Code. Yay! Was wir hier sehen ist Python-Code. Wir werden in dieser Reihe hier immer Python für die Algorithmen verwenden. Und warum, möchte ich euch ganz kurz jetzt erklären. Entschuldigt bitte das kleine Intro, ihr könnt ein bisschen vorspringen, falls es euch nicht interessiert. Denn, ja, wir werden Python verwenden, weil ihr in Algorithmen, also in der Vorlesung oder in der Schule höchstwahrscheinlich meistens Pseudocode sehen werdet. Pseudocode ist vereinfachter Code, das heißt kein echter Code, er ist so einfach, wie es nur irgendwie geht, dass man ihn verstehen kann. Aber er ist trotzdem einigermaßen an Code dran, damit man weiß, was da eigentlich passiert. Und das macht ihn möglichst leicht nachzuvollziehen. Python geht eigentlich genau in diese Richtung. Ihr könnt wahrscheinlich allein durch die Algorithmen schon sehr, sehr viel über Python lernen, falls ihr noch kein Python könnt. Ansonsten gibt es aber auch die ganzen, oder viele Algorithmen gibt es auch in meiner Java-Algorithmen-Playlist. Einfach mal auf meinen Kanal gehen und dort unter den Playlists danach suchen, bitte. Falls ihr die ganzen Dinger in Java haben wollt. Es gibt nicht jeden Algorithmus in Java, das muss ich dazu sagen. Aber es gibt auch nicht jeden Algorithmus in Python. Ich habe manche Sachen in Java gemacht, manche Sachen mache ich jetzt in Python. Und genau, das ist eigentlich so das Wichtigste hierbei. Wir verwenden Python 3. Welche Version davon ist eigentlich? Egal. Das heißt, wir sagen Version 3, also 3.4, 5, 6, 7, 8, 9, was auch immer ihr da verwendet. Völlig egal. Wir werden Python 3 verwenden. Nicht Python 2, das hat mittlerweile keinen Support mehr. Okay. Und ja, wie gesagt, Python ist eigentlich super nah an Pseudocode dran. Deswegen verwenden wir das und auch sehr, sehr einfach zu lernen. Wenn ihr aber mehr wissen wollt, ich habe haufenweise Videos auf meinem Kanal zu Python, wo es noch um viel, viel mehr geht als nur um irgendwelche Algorithmen, sondern auch tatsächlich um Sachen wie zum Beispiel Webseiten oder ja, alles, alles mögliche im Endeffekt. Ich habe auch noch andere Sprachen. Einfach mal vorbeigucken. Gut. So, die binäre Suche. Wir haben letztes Mal gelernt, wir brauchen eine sortierte Liste, die wir hier bekommen als ersten Parameter in unserem Algorithmus. Das ersetzt quasi das Algo, was wir immer verwendet haben. Ups. Und dieses Dev, das sagen wir quasi, da fängt ein Algorithmus an. Und wir suchen ein Item, also ein ganz spezielles Item, in dieser sortierten Liste, die wir hier bekommen. Hier haben wir ein kleines Beispiel für eine sortierte Liste. Das muss aber natürlich nicht so sein. Das ist quasi eine konkrete sortierte Liste, die wir hier verwenden. Und hier haben wir das Item, das wir gerade suchen. Wir sehen, auch die 42 ist hier drin. Wir müssen aber auch an den Fall denken, dass die 42 gar nicht da drin ist, wenn wir hier den Code dafür schreiben. Und ja, in dem Sinne fangen wir einfach mal an. Wir definieren unser erstes Element, also quasi das allererste, erstmal auf das ganz linkste Element. Man fängt bei Listen an, mit 0 zu zählen. Das ist quasi in allen Programmiersprachen so. Das ist 0, ja. Also L von 0. Und während das hier, das ist nicht L von maximaler Länge der Liste. Wir haben hier 10 Elemente in der Liste übrigens. Und das ist nicht L von 10, sondern L von 9. Das heißt, wir zählen von 0 bis 9. L von 10 existiert nicht, weil wir hier nur 10 Elemente drin haben. Okay. Quasi Grundzüge der Programmierung, muss ich hier ganz kurz zumindest mal sagen. Das letzte Element ist somit also das Element quasi ganz, oh sorry, ganz hinten. Das heißt, wir sagen hier Länge minus 1. Also wenn wir 10 Elemente haben, kriegen wir hier die 9 raus. Wenn wir 11 Elemente haben, kriegen wir 10 raus. Und so weiter und so fort. So muss das. Gut. Und dann sagen wir hier noch, wir haben ein Found. Ja, das merkt sich quasi, ob wir dieses Element, dieses Item hier, ob wir das schon in unserer Liste gefunden haben. Sprich, ob wir schon fertig sind. Und da sind wir natürlich am Anfang nicht fertig. Also False. False sagt quasi Nein. Wir sind nicht fertig. Das ist quasi das Nein. Okay. Und ja, jetzt können wir hergehen und sagen hier, okay, wir machen das jetzt so lange, das ist quasi diese berühmt-berüchtigte Schleife, von der ich euch schon 100 Mal erklärt habe. Wir machen das so lange. Und zwar, beziehungsweise sagen wir erstmal, wir machen das so lange, wie wir das Element noch nicht gefunden haben. Das heißt, so lange Found nicht True ist. Also so lange Found ungleich True ist. Okay. Und was zusätzlich noch gelten muss, wir müssen das so lange machen, bis unsere Elemente sich überlappen. Ja. Wir halbieren ja das Ganze immer. Das heißt, wir gehen erstmal zur 1, 3, 3, 7 oder vielleicht sogar direkt, nee, wir gehen zur 9 sogar, weil das die Hälfte ist. Ähm, also wir haben 10 Elemente, wir gehen zur 9 und dann gehen wir weiter zur 1338, dann gehen wir weiter zur 42 und dann haben wir das Element quasi gefunden. Und das heißt, wir machen das jetzt so lange, wie unser First Element, also das Ding hier, kleiner ist als das Last Element. Sprich, bis wir hier eine Überlappung haben. Wenn First und Last dasselbe sagen, dann finden wir das Element quasi nicht. Wir werden gleich sehen, wie das dann aussieht. So. Ähm, dementsprechend sagen wir hier First kleiner gleich Last, ja. Kleiner Gleichzeichen gibt es nicht so richtig, deswegen muss man hier kleiner, ups, kleiner Zeichen und Gleichzeichen kombinieren in einem. Okay. Ähm, okay, wir machen das also so lange. Und dann schauen wir erstmal, dass wir uns das mittlere Element raussuchen. So, die Mitte ist gleich. So, wie kriegen wir jetzt die Mitte? Nun, wir nehmen einfach das erste Element plus das letzte Element. Damit wären wir bei, naja, 0 plus 9. 0 plus 9 ist was? Naja, 9. Und wir haben insgesamt 10 Elemente. Das ist okay, ähm, weil wir müssen ja auch auf den Index zugreifen. Ihr erinnert euch, das hier ist von 0. Das hier ist, das ist das Element, wo wir hinwollen. Das ist von 4. Also das ist von 1, von 2, von 3, von 4. Und wir wollen zu 9. Das heißt, wir wollen zu von 4, ja. Wir wollen genau auf die Hälfte abgerundet. Wir können auch aufrunden, macht keinen Unterschied in dem Fall, aber abrunden ist einfacher. Deswegen sagen wir hier durch, durch 2. Dieses durch, durch bedeutet sozusagen, es gibt nur ganze Zahlen, okay. Wenn da 4,5 rauskommt, dann ist das 4. Die 0,5 interessiert uns einen Scheiß. Und wir machen auch kein richtiges Mathe hier. Wir, ähm, naja, wir runden nicht bei 0,5 auf, sondern wir runden ab. Punkt. Ist einfach so. Macht mal ganz gerne mal in der Programmierung. Und das ist quasi dieses durch, durch. Ihr könnt auch schreiben durch und dann könnt ihr es runden. Das ist eure Sache. So geht es schneller. Deswegen machen wir das so. Okay. Und jetzt gehen wir her und sagen, ja gut, ähm, wir nehmen einfach unsere sortierte Liste und schauen, ob das mittlere Element, das, was wir gerade hier in der Hand haben, das ist ja das Element, was wir überprüfen wollen. Erinnert euch, wir machen eine binäre Suche. Das ist das Element, was wir checken wollen. Wenn das gleich dem Item ist, das wir da gefunden oder suchen tatsächlich, dann sind wir fertig. Das heißt, wir sagen hier, found ist gleich true. Dann haben wir es gefunden. Okay. Und dann müssen wir eigentlich nichts weiter tun als, naja, return true im Endeffekt. Das heißt, found brauchen wir in dem Fall nicht mal unbedingt. Aber wir wollen am Ende dann auch noch was ausgeben und wir wollen das möglichst klar darstellen. Deswegen sagen wir hier erstmal, okay, wir haben es gefunden. Das lassen wir jetzt erstmal raus. Was dieses Return ist, müsst ihr gar nicht wissen gerade. Found gleich true. Fertig. So, wenn dieses Element allerdings nicht das ist. Das ist diese Verzweigung, die ich euch immer als Baum gezeigt habe. Das ist der Fall, wenn wir es gefunden haben. Dieser else-Fall ist der restliche Fall. So, jetzt gehen wir direkt in den nächsten Baum rein. Das heißt, wenn wir es nicht gefunden haben, ja, dann müssen wir jetzt gerade mal noch unterscheiden, ob wir jetzt von dem mittleren Element, also von der neuen, nach links wollen oder nach rechts. Wenn wir die 42 gefunden haben, wollen wir den linken Teilbaum untersuchen oder den rechten Teilbaum. Logischerweise wollen wir bei 42, weil ja 42 größer als 9 ist, den rechten Teilbaum untersuchen. Das heißt, was wir jetzt hier drin machen, ist, wenn unser Item größer ist als die sortierte Liste in der Mitte, also die 9 quasi, das ist unsere 9, ja, in unserem speziellen Anwendungsform, das ist die 42. Also 42, wenn 42 größer als 9 ist, ja, was machen wir dann? Dann gehen wir in den rechten Teilbaum. Das heißt, das erste Element setzen wir jetzt um. First ist gleich, und zwar setzen wir das jetzt auf das mittlere Element, plus 1. Und falls unser Element kleiner ist als diese sortierte Liste, das ist ja der einzige andere Fall noch, dann sagen wir, okay, wir wollen unser letztes Element, last, auf die Mitte setzen, minus 1. Das heißt, wir setzen quasi das Ende der Liste, wenn wir bei 9 sind, auf 8, ja, oder wenn wir hier drin sind, dass unser Item größer ist, setzen wir das Ende der Liste auf 42, das untere Ende der Liste. Sprich, dass die Liste, wenn wir ein Item suchen, das größer ist als die Mitte, die Mitte ist 9, erinnert euch, wenn das Item größer ist, untersuchen wir nur noch den Teilbaum, wenn das Item kleiner ist, untersuchen wir nur noch den Teilbaum. Und damit sind wir quasi schon fertig. Und ja, jetzt müssen wir noch eine Sache machen, jetzt müssen wir hier unten, für den Fall, dass wir hier durchlaufen und fertig sind, das heißt, unser letztes, äh, unser erstes Element, dazu komme ich gleich, müssen wir ganz kurz hier found zurückgeben. Ähm, was passiert denn hier jetzt? Also wir brechen ab, wenn unser erstes Element, also das, was hier 0 ist am Anfang und das, was wir hier immer auf die Mitte setzen, wenn das größer ist als last, dann brechen wir ab. So, das bedeutet, wir nehmen jetzt einfach mal an, wir gehen in den rechten Teilbaum, okay, und wir suchen jetzt nicht die 42, sondern wir suchen die 43, ja, machen wir es einfach mal so. Dann passiert folgendes, wir sagen, unser Item ist größer als das mittlere Element, das mittlere Element ist 9. Okay, dann setzen wir unser unteres Ende der Liste auf 42 und das obere Ende der Liste ist immer noch auf 13.370. Gut, nächster Schritt, dann fangen wir quasi wieder hier oben bei der while an, weil das ja eine Schleife ist. Und wir setzen unser Element wieder auf die Mitte, die 1338. Dieses Mal haben wir wieder nicht unser Item gefunden, also gehen wir in den else Zweig. Der else Zweig sagt, ist ein Item größer als das mittlere Element. 43 ist offensichtlich nicht größer als 1338, also gehen wir hier auch in den else Zweig und setzen unser last Element auf 1337. Das heißt, wir gucken jetzt nur noch diese zwei Elemente hier an. Damit gucken wir wieder, was ist denn das mittlere Element dieser Teilliste. Das wäre dann 42, weil wir runden ab. Wir gucken, ist 42 das Element oder das Item. Nein, ist es nicht. Also gehen wir wieder in den else Zweig. Wir gucken, ist das Item größer. Jupp, ist es. Also gehen wir hierher und sagen, das first Element wird jetzt auf das hier gesetzt. Und jetzt haben wir last und first Element auf demselben. So, und der letzte Schritt ist jetzt also, wir haben jetzt genau dieses mittlere Element. Das ist dasselbe. Das heißt, first und last sind genau dasselbe. Das heißt, wenn wir die addieren und durch zwei teilen, kommt genau wieder first und last raus. Und dann gucken wir, ist das das Element? Nein, in dem Fall nicht, weil wir haben hier 1337 und das ist offensichtlich nicht 43. Also gehen wir hier wieder in den else Zweig. Und dann sagen wir, ja, wir haben ein Element, das ist kleiner. Ja, also gehen wir hier wieder in den else Zweig. Und damit setzen wir last auf 42 und first ist offensichtlich hier. Das heißt, wir haben keine Elemente mehr übrig. Wir haben die Liste sozusagen durchgeguckt. Da ist das Element nicht drin. Und was dann passiert ist, dann hört die while Schleife auf, weil diese Bedingung hier nicht mehr erfüllt ist. Und wir springen hier runter. Das heißt, wir sagen hier einfach return found. Und found ist false, wenn wir nichts gefunden haben. Während, wenn wir hier natürlich das Element irgendwann mal gefunden haben, dann ist found true. Und dementsprechend wissen wir, ob das Element in der Liste drin ist oder nicht. Wann kann das Ding jetzt selbstverständlich auch noch ein kleines bisschen verbessern? Das heißt, wir sagen hier vielleicht noch i für Index ist gleich minus 1 erstmal. Und wir geben hier jetzt nur found zurück. Also wir geben nur false zurück, falls eben das Element nicht gefunden wird. Ansonsten geben wir hier einfach i bzw. mit zurück. Dann haben wir quasi den Index unseres Elements. Okay, das können wir jetzt auch mal machen. So, okay. Und wenn ich jetzt das Ding ausführe, dann sehen wir hier, das Element 43 ist offensichtlich nicht da drin. Ihr habt gesehen, wie schnell das lief. Das war wirklich bombenschnell. Wenn ich jetzt hier allerdings nach der 42 suche, dann bekommen wir hier die 5 zurück. Und 0, 1, 2, 3, 4, 5 ist der Index unserer 42. Und damit haben wir instant unsere 42 gefunden. Wenn ich jetzt hier 1337 eingebe, dann kommen wir natürlich bei der 6 raus. Und wenn ich jetzt irgendwelche Elemente eingebe, wie das da, dann kommen wir natürlich wieder bei false raus, weil dieses Element nicht gefunden wird. Und das ist das Schöne an Python. Man kann quasi wirklich sehr, sehr schnell irgendwelche Algorithmen reinschreiben. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. So einfach könnt ihr binäre Suche in Python programmieren. Und so einfach kann man das Ganze auch verstehen. Wenn ihr jetzt gerade euch gedacht habt, hä, was ist das eigentlich für ein komplett komischer Code, dann schaut euch bitte die Algorithmen-Playlist an oder schaut euch die Python-Playlist an, je nachdem, was euch mehr Probleme gemacht hat. Wenn es die Algorithmen-Sache war, bitte die Algo-Playlist angucken. Wenn es die Python-Sache war, bitte die Python-Playlist angucken. Und falls dann immer noch Fragen sind, gerne auf den Discord-Server kommen. Da sind ein Haufen talentierte Leute, die können euch gerne helfen. Oder natürlich sonst auch Kommentarschreib oder sonst irgendwas. Alles klar, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.